Musik Nein, auf keinen Fall nochmal. Mann, jetzt anderthalb Stunden schon fast. Das wird lustig, wenn ich das hochlade. Da werde ich wieder einige Parts füllen können. So, eine Herausforderung fehlt da noch. Komm her! Leaf Forest. So, die letzte Herausforderung. Unterwasser Ringmaschine. Sammle rechtzeitig die notwendige Anzahl an Ringen, die der Sprinklergegner ausschüttet ein. Hä? Verstehe ich nicht, aber das werde ich schon kennenlernen. So, Chemical Plant. Achso. Achso. Verstehe. So, mir geht so ein bisschen jetzt die Energie aus. Schnell einsammeln. Mann, oh! Spring nochmal hoch, Sonic! Ich hasse das hier so unter Wasser zu sein, Alter. Oh, äh! Ah! Nein! Lass mich los! So, endlich wieder an Land. Scheiße, das Ding ist ja schon da vorne. Ich dachte, das wartet auf mich, aber nein! Nein! Das Ding ist ja unfair. Ich kann das Ding ja sogar angreifen. Nein! Warum muss ich so viele Ringe verlieren? Und nochmal! Mann, oh! Das ist unfair! Da vorne ist schon das Ziel, Alter. Wie soll ich das denn noch schaffen jetzt, ey? Jetzt kann ich gleich neu starten. Das ist Quatsch, das weiterzumachen. Hui! Ringe, 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 Ringe! Ring hoch, Sonic! Mann, spring doch mal hoch! Och! Zieh! 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 Lauf, lauf doch mal! Ich muss die Ringe da einsammeln. Da sind noch mehr. Auf jeden Fall da bin ich... Ah! Nicht nochmal da durch, Alter! Nein! Mann, oh! Das darf doch nicht wahr sein! Vor allem so viel, wie ich verloren habe, angeblich habe ich gar nicht fallen lassen. Was soll die Scheiße? Das Spiel bescheißt mich! Das Spiel bescheißt mich! Dann, Mann! Junge, schau dir, Quilen, schau dir! Hatche, Croke, schau dir! Doch, du Schnar! listening! Das tut mir da! Ich versuche dannst du, was dich zu seiner Lebenաу , bớt sie zu ihrer H2015! Ja, trieIDenwann! Mensch! Mann, oho! Jetzt zieh! Lauf doch mal! Der lässt jede Menge Ringe fallen und ich kann sie nicht einsammeln. Nein, Mann! Warum muss ich immer wieder den gleichen Fehler machen, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Leck mich am Arsch, ey. Lass fallen, die Ringe. Mann, eh Sonic so sinkt, ey. Das ist unglaublich. Aber du willst mich jetzt verarschen, oder? Ja. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ficke, ey! Das gibt's nicht! Warum muss ich immer wieder da reinspringen, ey? Das gibt's nicht! Was ist das? Raster aus, Alter! Ey, dass der nicht angreifen kann, wenn der so ne scheiß Blase erwischt hat, ey! Das gibt's nicht! Mann, Sonic, ey! Sowas von unflexibel bist du! Oh, ey! Okay! So, Alter! Jetzt mach ich nicht wieder denselben Fehler! So, nichts wie durch hier, Alter! Weh, jetzt kommt noch irgendetwas! Nein! Boah! Meine Fresse, ey! Warum nicht gleich so? Na, endlich! Chemical Plant auch geschafft! Das kann ja echt noch lustig werden! Nichts wie weg hier! Jetzt noch Green Hill Zone und dann ist es auch geschafft! Achte auf den Boden! Achte auf den Boden, erreiche das Ziel in der Zeit, pass auf den einstürzenden Boden auf! Na dann, auf zu den letzten Herausforderungen! Danach Mario Schicht! Das reicht! Ich kann nicht mehr, Alter! Ich bin echt sowas von einem Eimer! Anderthalb Stunden schon, Alter! Das reicht wirklich! Man muss es nicht übertreiben! Alter, wird doch nicht so viel langsamer! Gib Gummi! Nein! Nein! Ficken! Mann, ey! Hepp! Komm runter, du scheiß Plattform! Komm! Und los! Scheiße! Was? Alter! Da! Nein! Hängen geblieben! Verfickt nochmal! Ja! Ja! Geschafft! Puh! Meine Fresse, ey! Puh! Meine Fresse, ey! Fisch! So! Düsenflieger! Erreiche das Ziel vor Tails, der sein Flugzeug fliegt! Ach ey! Na dann! Glück auf, würde ich mal sagen! Los geht es! Das ist ein Renn zum Ziel! Das ist ein Renn zum Ziel! Das ist ein Renn zum Ziel! Eigentlich ist das nicht zu machen, weil Tails einfach nur durchfliegen müsste! Aber egal! So ist es halt! Und... Warum hat der jetzt diesen Bass nicht anvisiert? Warum ist Sonic so langsam? Uh! Gerade so noch! Warum, Alter? Ich hab doch den Turbo Knopf gedrückt gehalten! Voll Gas! Jetzt dürfte es nicht mehr so weit sein! Wa... Alter! Ja! Verarschen oder was? Hoho! Alter! Ey! Ohne Ringe komme ich jetzt ins Ziel! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ein ganz knapp S-Rank! Wie schön! Zack! So, das Doppelgänger-Rann! Das dürfte jetzt relativ leicht werden! Weil die Green Hill Solos natürlich das einzige Level ist, ähm... was ich so gut wie auswendig kenne! Nicht komplett, aber... zum größten Teil! So, los geht's! So, los geht's! Und... los geht's! Los geht's! Sehr gut! Endlich hab ich mal das geschafft, ey! Das bringt nämlich unglaublich viel Zeit! Ich rahm euch alle weg! Scheiß Roboter! Und gib Gas! Endlich kann ich mal ein bisschen Skills zeigen! Das ist ja nicht immer so! Ah, über das Turbofeld gesprungen! Das war natürlich kacke! Und das war auch kacke! Da hab ich jetzt richtig Zeit verloren! Da hoch! Das wollte ich nämlich treffen! Aber es sieht gut aus! Ne, ich hab das schon mal schlechter erlebt! Uh! Ah! Bleib doch mal da in der Mitte, verdammt nochmal! Und jetzt einfach in der Mitte durchdüsen! Und jetzt einfach in der Mitte durchdüsen! Gib Stoff Sonic! Haha! Läuft gut! Wow! Alter! Ich mach das hier echt gut! Klar hab ich zwischendrin ein bisschen Zeit eingebüßt, aber ansonsten ist das echt gut! Von so einem Lauf hab ich... früher mal richtig geträumt! Weil mir gelingt ja alles! Ich hab zwar nicht alles perfekt erwischt, aber... Ich hab alle... Ich hab immer den kürzesten Weg gekriegt! Sagen wir es mal so! Gib Stoff! Bam! Alles wegram! Und da ist jetzt Ziel! 2.15! Es rang! Das nenne ich doch mal ne gute Zeit! Gute Zeiten! Schlechte Zeiten! Nein! Böse! Aus Enrico! Hör auf so ne Scheiße zu singen! Das gehört nicht hierher! Lead Metal Harbour! Kenn ich leider nicht! Axel, unser lebendes Sonic-Wikipedia, würde jetzt wahrscheinlich... Mir war wieder dazu ne Erklärung liefern können, aber... Er ist ja leider nicht hier! Springerei erreiche das Ziel über die Sprungfelder, eh die die Zeit ausgeht! Also wenn mir in so einem Level die Zeit ausgeht, dann sollte ich mir ernsthaft Sorgen machen, weil diese Zeit ist sehr sehr hoch angelegt! Also ich hab keine Ahnung, was man da alles versauen müsste, damit man das nicht hinkriegt! Ja, 680 Sekunden, also das sollte man eigentlich schaffen! Ich habe keine Ahnung, was man da alles versauen müsste, um das nicht zu packen! Hepp! Na! Da durch bitte! Sehr gut! Huhuhuhu, das war aber knapp! Irgendwie ist das geil! Au, da bin ich gestolpert! Oh, gerade so noch! Einfach mal richtig Gas geben! Ah, Scheiße, das kostet Zeit! Ja! 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 Ja, ja! 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 Ein weiterer S-Rang. So. Klingeling. Illustration 95 erhalten. Hüpp. So, und das ist die letzte. 300% Turbo. Turbo-Anzeige ist verdreifacht. Erreiche das Ziel, um die Fähigkeit, Turbo-Anzeige Plus zu erhalten. Schön, eine längere Turbo-Anzeige. Das gefällt mir gut. Jetzt wird es langsam interessant. Das heißt, ich kann richtig reinhauen. Schauen wir mal, wie lang die ist. Alter Schwede! Da kann man ja wirklich voll reinhauen. Kann man ja fast mit Dauerturbo rennen. Äh, das war nicht so gut, aber ist egal. Noch einigermaßen gut gegangen. Turbo! Äh, wo geht's weiter? Ach, da! Oh, das Ding hab ich gar nicht kommen sehen, Alter. Ja, also ich hab's zwar gesehen, aber ich hab's nicht für, für sowas gehalten. Ach du Kacke, Alter. Au, der saß. Warum bleib ich auch nicht stehen? Ich muss einfach wie ein kompletter Idiot da durchrennen. In der Hoffnung, wird's schon irgendwie klappen. Pustekuchen! Deine Turbo-Achtung hat sich verbreitert, aber fühlt sich nicht wieder auf. Teile sie dir ein und erreiche das Ziel in der gegebenen Zeit. Los! Rüberpreschen! 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 Boah! Volle Möhre drüber. Los, komm, den S-Rang Chavi noch. Jawohl, den Chavi auch. Unter einer Minute. 55 Sekunden 79. Klasse! Besser hätt's ja gar nicht laufen können. Und damit hab ich den ersten Bereich komplett wiederhergestellt. Ach, ist das schön. Auch die Green Hill Zone hat ihre Farben wieder. Herrlich. Ja, ja, leck mich am Arsch. Emerald Coast. So, damit wäre dieser Bereich komplett geschafft. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Und da sehen wir auch schon, wer da auf uns wartet. Cream. So, aber hier mach ich dann für heute Schicht. Ähm. Denn ich hab jetzt eine Stunde und 45 Minuten. Das ist, glaub ich, ausreichend. Also, mehr brauch ich nicht machen. Vor allem hab ich heute wirklich teilweise recht blamierende Leistungen abgegeben. Teilweise auch meine Skills zeigen können. So. Ja, in diesen Worten, oder in diesem Fall, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.